Dann ist irgendwann nachts um 1 Uhr, die Nachbarinnen sind alle Hemmgang, die Gastgeberin steht allein in der Küche, räumt die letzten Sektgläser in die Geschirrspülmaschine ein, hat ein neues Dessous an, Dildo in der Hand. Ich lasse es noch ein wenig, Bjerg. Er kommt heil. Und egal, die Hauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr. Und, wie war der duper Abend? Sag nix, ich seh schon, hast nen Pürierstab gekäfft. Ja, das ist die Realität. Das Fernsehen und die Werbung will uns immer was anderes weismachen. In der Werbung, die die Szene komplett anders ausschaut. Da wäre es nachts um 1 Uhr, die Nachbarinnen sind alle Hemmgang, die Gastgeberin steht allein in der Küche, räumt die letzten Sektgläser in die Geschirrspülmaschine ein, hat die neueste Dessous an, Dildo in der Hand. Er kommt heil. Von der Jahresaufversammlung der freiwilligen Feuerwehr. Sieht sie? Es dauert keine drei Sekunden, er reistere die Dessous vom Leib. Die dienen eine Liebesdacht hinlegt mit 35 Höhepunkten in jedem Zimmer vom Haus mindestens fünf Höhepunkte. Bis früh um vier werden die einem rummachen und um vier wäre noch lange nicht Schluss. Nein, die dienen sie noch unterhalt. Irgendwann schlafen sie ein und wenn die Frau irgendwann wieder aufwacht, kommt er aus der frisch geputzten Küche mit Frühstück ans Bett. Sämtliche Teppiche im Haus sind gesaucht, sämtliche Fenster sind geputzt. Das ist nur Werbung.